Premium-Dämmung Das WDV-System mit integriertem Sonnenschutz WDV-Systeme sind eine sinnvolle Investition in die Zukunft, denn da wo Energie nicht ungenutzt entweichen kann, kommt man mit erheblich weniger Heizenergie aus. Wichtiger Bestandteil eines WDV-Systems sind die Dämmplatten. Hier haben sich EPS-Fassadendämmplatten auf Millionen von Quadratmetern an Gebäudeflächen seit Jahrzehnten bestens bewährt. Bei der Verwendung von mineralischen Klebemörteln kann es bei der Montage von grauen EPS-Dämmplatten durch hohe thermische Einflüsse zu Längenveränderungen oder Schüsseln der Dämmplatten kommen und dadurch eine nachträgliche Ablösung der Dämmplatten verursachen. Dies führt unweigerlich zu Schäden im WDV-System und beeinträchtigt dessen Funktionsweise. Die Lösung HAVO White Coat Fassadendämmplatten mit der sicheren Verklebung mit HAVO Dämmstoffkralle Quick und HAVO Klebeschaum Die White Coat Fassadendämmplatten sind durch die weiße Färbung der Deckschicht unempfindlich bei Sonneneinstrahlung. Einwölben, Schüsseln oder Schrumpfen der Dämmplatten durch UV-Strahlung wird zuverlässig verhindert. Sie sind allseitig kalibriert für höchste Präzision. Eine Gerüstverschattung ist nicht erforderlich. Mit der HAVO Dämmstoffkralle Quick haben Sie alles im Griff. Das innovative Helferlein zur rationellen Verlegung von EPS-Dämmplatten. Nachjustieren oder Ausrichten entfällt, dies verhindert die unkontrollierte Expansion des Klebeschaums. Der integrierte Abstandshalter hält die Dämmplatte im richtigen Abstand zur Wandfläche. Und der HAVO Klebeschaum für eine Wärmedämmung ohne Dreck und Lärm. Dämmplatten schneller, rationeller und einfacher verkleben. Fertigstellung um bis zu 25% schneller. Erzielen Sie einen beschleunigten Bauzeitenablauf, da die Weiterbearbeitung der Dämmplatten bereits nach ca. 2 Stunden möglich ist. Immer saubere Baustellen da verarbeitungsfertig, kein störender Maschinenlärm und staubiges Anrühren mehr. Rücken- und Gelenke schonendes Arbeiten. HAVO Premium Dämmung Sicher, schnell und sauber.